Ich gebe es ganz ehrlich zu, was mich die ganze Zeit stört, in dem Streaming und in der Aufzeichnung von Vorträgen, seht ihr exemplarisch an der Aufteilung des Screens. PowerPoint bietet exakt zwei Standardoptionen für die Auflösung von Slides an, nämlich einmal 16 zu 9 und 4 zu 3 und dadurch entsteht kein guter Eindruck, wenn man noch das Kamerabild daneben setzt, auch wenn ich mich für die 4 zu 3 Variante entschieden habe und dementsprechend überhaupt noch Platz habe für ein Kamerabild. Ich habe mich inspirieren lassen von Dietmar Till, sein Kanal ist in der Infokarte verlinkt, der tatsächlich die Aufteilung des Screens vollkommen anders löst, mit einem separat angepassten Format für die Präsentation und er teilt den Bildschirm, den 16 zu 9 Bildschirm genau durch zwei und auf der linken Seite hat er das Kamerabild von sich selbst und auf der rechten Seite eine angepasste Präsentation. Davon habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, obwohl mir diese Aufteilung 1 zu 1 etwas zu hart ist, aber ich würde euch ganz herrigen, wie das aussieht. Und hier seht ihr das neue Format. Der Folienausschnitt ist ein wenig kleiner, dafür ist der Kameraausschnitt ein wenig breiter und insgesamt ist die Bildaufteilung insofern gefälliger, als sie jetzt im goldenen Schnitt liegt, nämlich 2 zu 1. Darauf kommt es mir an und ich denke, dass ich das Ganze, ich werde es dann doch ab sofort umsetzen, sodass ich schon jetzt von der besseren Darstellungsqualität profitiere, nicht erst ab dem nächsten Semester. Also freut euch drauf, in 14 Tagen in der Vorlesung Basiswissenschaft, Sprachwissenschaft wird genau dieses Format schon zum Einsatz kommen. Bis dahin, ciao.